Ich bin gefroren und da hätten sie wenig Spaß gehabt. Ja, eh. Da spielst du mich hier gleich weiter. Ich bin ja gar nicht am Ball gekommen. Na ich meinte, wenn auf mir gekommen wäre. Ach so. Du bist aber halbherzig hingegangen. Ich freue mich. Ich kann hinlucken. Mädchenhaft, meinster Hans. Ja, so. Zart. Sagt der Zarte. Ohm. Wir drei Wesen. Das ist ein Geisberger Team. Hm? Das ist ein Geisberger Team. Der Geist, der ihm sei oder was? Ja. Das ist ein Geisberger Team. Ich glaube nicht. Das ist ein Geisberger Team. Ja, ja, ja. Na ja, komm, gelb. Australien gegen Neuseeland, na ja. Ja, ich hab mir's auch grad gedacht, aber haben die nicht auch das australische Waffe? Schau mal genau, oder es ist ein Bug, das müssen mir letztens schon mal auffallen. PSG gegen PSG habe ich gekauft. Von United Kingdom. Ma, schieß! Ah, der Gullgetter. Der Gullgetter ist tot. Er ist ein Baum, Papa. Was, Baum, Papa? Was? Hm? Wie ist der grad Baum, Papa? Keine Ahnung. Wie ist das? 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 Oh, hinten drauf auf der Kies. Ach, Mann, schau nicht. Oh, man ist lange her, oder? Das geht er an mich? Das sind dir hier dasconductierte? Das geht um etwas zu tun test cuffof. Mehr hier etwas tun wir sie machen. Kommerkos und die Gäste es geht so in der Mieten nach der Oberfläche der ich bin da eine Grundstück die Aufnahme ob den Holt stoppen wollen wo sie haben dann kamen Kohler bei der Einschaden sind und so und trotzdem ist es schuld h der erste Zeit sagt Sehr gemein. Sehr gemein. Obwohl er wahrscheinlich gerne würde. Ja, mag und nicht. Er wollte ja. Er wollte ja, das ist aber rausgeflogen. Das Handy ist Zusatzverstärkung einschalten. Sogar das Handy-Netzwerk aufbauen. Ja. Yeah, U2. Warte kurz. Oh scheiße, es ist zu spät. Oh, gedrückt. Oh, der Balleut. Oh, echt? Hm. Gut. Ah, sorry. Du hast es nicht gesehen, so. Welche Farbe hast du denn? Geht. Oh, nicht weit weg von dir. Naja, ich muss Farbe und den Arm irgendwie wissen, was ich überordnen kann. Ich hab' gedrückt, jetzt foult er mich, ey. Ja, denn zur Mitte. Ja, geht noch. Boah. Boah. Du hast ihn immer schlechter an. Jawoll. Jawoll. Oh. Oh. Ah, shit. Aber gut, der passt. Ich hatte nur mit Blinden zu tun. Da musst du dich dran gewöhnen. Der hätte doch rumgehen können. Ich fand den fast gut. So geht's, ja. Fuck. Jetzt demotivier uns nicht. Nee. Wir haben heute sogar ein Elfmeterschießen gewonnen. Mit Bot-Torbert. Der Kuschel war aber bloß einmal da, oder? Naja, mit Bot-Torbert. Oder jetzt. Ja. Vier Spiele hat er gemacht. Ist der noch im Kader? Ja. Ja. Wieso? Ich, ich will nicht. Ja, schade. Ich bin nach innen gegangen. Er hätte eigentlich schon vor dem Schritt da geflankt gehabt, oder geht er wieder noch ein Meter hin. Das ist der Erfte. Ja, ja. Hatten wir vor nur. Na ja, mit mehr Spielern ist es eben schwieriger. Ja. Nein. 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 Okay. Nein, du hast gehen! Nein, ich wollte auf Gelb-Hobby spielen, aber er hat... Aber in Hübsch 2 nicht gedrückt. Ich dachte, du gehst dann ein Stück. Nicht gesund, der Husten. Ja, weil ich bis Mittwoch immer noch so ein Husten hab, geht's nur eins. Was hast du gegen Montag? Arbeiten. Mann! Hehehe. Schade. Black Diamonds nicht kennen. Ja! Scheiße. Der hätte reingehen müssen. Das sieht doch gar nicht so aus, dass einer von dem Wind das Kopfball durch gewinnt und dann kommt so ein Kopfballer. Ah, ich bin nicht scharf eigentlich. Schön. Naja, trotzdem am Schluss. Ich mach auch gleich die Post-Transformation. Ich mach auch gleich die Post-Transformation. Oh, der Torwart ist nicht reingekommen. Jaaa! Honk! So ein Honk! Machst du? So hanns, oder? Okay. Kommt schön her, hoffe ich. Ich krieg nur zu mir kommen. Nee, krieg nicht. Waaapass! Naja, ich krieg nicht. Hallo. Ein A-Bass. Auwei. Da stehen die Engländer. Ah nee, Neuseeländer. Oh nein. Oh nein. Ja, der geht drinnen. Irgendwer. Ja, geh. Nee, nee, nee. Tch, 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 tch. Zeit. Gut, pfeift der Ober-Rendlich. Aus. Ach du Scheiße. Taa, ich bin vorbeilaufen. Ah ja, jetzt spielt er gleich. Ah, Zeit. Zu viel. Ach du Scheiße. So eine Drecksäcke. Grappfffffff. Er ist eher ein Schl季-Geräck-Geräckhd. Schlechte Warnbecken, oder nicht? Oh, oh, ein Sieg messen wir schon. Das ist ein Sieg messen wir schon.